Oh, wow, yeah! Ohne Einleitung, wie schön, wie schön, ladadadadada! Okay, herzlich willkommen zu Megaman 3! Ja! Gucken wir erstmal, wen haben wir hier? Snakeman, Sparkman, Harkman, Gemini-Man, Magnetman, Shadowman, Topman und Needleman und Arschman. Topman, meines Erachtens nach, die fast sinnloseste Waffe ever hat. Aus diesem Grund nehmen wir ihn! Haben wir Rashed dabei! Ich hab dich vermisst, Drecksköter! Hallo! Katzen! Oh, was ist das? Flö! Schlange! Snakeman! Weil der auch so eine unglaublich geile In-Game-Musik hat. Ah, den Headset! Headset! Pedos in einer Schlangenwelt! Geweckt, Dufi! Was? Was war das denn?! Total spannend geht es weiter bei Mega... Scheiß! Mega-Dreck! Wie hast du meinen? Auto-Hit-Shot! Nicht schon wieder alle von neu und... Nein! Damn! Can't! Fuck! Ass! No! Oh! Granaten! Was macht unsere Attacke? Nichts? Was? Huller-Hub! Okay, Huller-Hub! Das war ein Witz, oder? Das war... Das war ein Witz! Schön! Du! Clea! Kapuzi! Ich glaube, ich bin der Robo! Go, wo's? Was ist das denn für eine Barzi? Boah! Mommy! Und Mega-Man hat sich nichts gebrochen! Ich habe scheiße gebrochen! Ja, vor allen Dingen... WENDSER... Was ist denn das?! Rei! Was? Pinguine-Wälderl! Oh! Nein! Nein! Na! Hallo? Che-che-che... Waaat? Na schön, wenn ich jetzt wieder von neu empfange. Ey, ich geh an die Decke. Und jetzt zieh rein. Oh ja... Ich hab die Waffe gegen dich. Ich hab die Waffe gegen dich. Ich hab die Waffe gegen dich! Das wäre jetzt ein epischer Gewinn! Wenn das jetzt schon klappen würde. Mit einem Megabuster. Aber so unwahrscheinlich. JAAAA! Okay! Episch! Zum Kotzen, wie tötet man die blöde, verkackte Drecksau? Boah, regt mich das gerade wieder auf. Und was wetten wir, dass ich jetzt für Hardman wahrscheinlich die Magnet-Dinger brauchen werde? Oder machen wir einfach mal so? Ja, okay, so genau! Okay, dann machen wir doch jetzt. Markman und müssen nicht mehr zu Hardman. Super, es ist so toll! So unglaublich toll, wie dieses Spiel funktioniert! Safe Stakes. Rettet die Stakes. Safe Stakes. Und Abenteuer aus dem Mund, der Land! Fuck! Nein! Okay! Verreckt, tierisch. Ja, nie wieder dieses Scheiß-Level! Oh, ja! Als... Ach komm, töt mich mal! Ey, ich möchte dieses Stage gerade nicht sehen. Einfach drüberfliegen mit dem Rushjet. Bis ich darauf komme, hat Hitler das Dritte und das Dritte Reich gewonnen. Das war nicht ernst gemeint. Mann! Ja, ach nee! 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 So! Oh, ich muss mich aufregen! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel! Ernsthaft! Ja! Wir sind Bernd! Denn wir haben es geschafft! Rush! Okay, okay! Rush! Ja, komm Rush! Hier, Rush! Oh, komm Rush! Hat sie nicht geschmeckt? Oh, kann ich aber jetzt auch nichts machen. Rush! Ab geht's! Rush, runter! Ja, komm! Rush! Wir haben eine schwere Aufgabe! Rush! Oh, ja! Was?! Das war geil! Was?! Propeller-Helbys! Und zwar habe ich jetzt eine kleine Flasche, bleib stehen! Ja, ich habe jetzt das Headset an meiner Wasserflasche angeklebt. Es ging nicht mehr anders. Aber das hält nicht mehr auf den Kopf. Nein! Nein, da habe ich jetzt nicht drüber. nachgedacht. Hier, hüpfen, hüpfen! Wir wissen nicht, was uns erwartet. Gucken wir einfach mal. Was?! Äh... Ja? Oh! Schildkröten! Was?! Oh, was ein Traum! Ach, es ist super! Ach, es ist super! Es macht Spaß! Uhu! Ja, wieso hat der den getroffen?! Wieso? Scheißarsch! Füllt! Die spinnen doch! Die spinnen doch! Die spinnen! Die scheiß Mega-Männer stiller! Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht! Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht! Nein! Ich will zurück! Hallo! Mach die Tür auf! Kleiner Sack, du! Kleine Schlawine! Du, Kleine... Du Schlawine! Ja! Geil! Geile Sache, Leute! Richtig... Ja! Na? Na? Oh! So ein alter Haut-Ding, ey! Das ist schön! We are flying in the yellow Rush Marine! Die ist aber pink! Ja, Rush, der stinkt! Ja! Oh! 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 Der kommt Flüchte wieder! Und für den vierten Teil! Oh! Alles bricht zusammen! Oh! Was? Wily Castle? Äh, nee, Wily-Ding da oben? Was soll das denn? Auf dem Baum! Hm. Ich würde sagen, wir beenden hier schon mal, weil ich denke nicht, dass noch großartig was kommt. Bis zum nächsten Projekt! Euer Mirko! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!